Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abiduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd Alles Lob gebührt Allah dem Herrn aller Welten und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah der Allmächtige und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diner und Gesandter ist Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wir sind bis zur 48. Frage angelangt Heute machen wir die 48. fortfolgende Die Frage 48 Verbot Ungläubige gegen Gläubige zu unterstützen Wer von Herzen zu dem Kuffar hält um ihren Kuffr als Abneigung gegenüber der Religion zu unterstützen und bei ihnen aus Hass gegen die Muslime zu helfen hat Kuffr begangen und ist abtrünnig geworden Na, und wir reden jetzt hier über die Unterstützung der Kuffar gegenüber Muslime Wer so etwas tut, so ist er nach unserer Religion was geworden? Ein Käfer Aber wir müssen die Sache im Detail erklären Weil es gibt bezüglich Muala Das heißt, wenn wir darüber reden jemanden sich zum Awliya zu nehmen gibt es nicht nur ein einziges Bild nicht nur eine einzige Form nicht nur eine einzige Situation sondern es gibt vier Situationen, die die Gelehrten erklären Und das ist das, was wir immer zu unseren geliebten Geschwistern sagen Der Muslim der Füqh hat der Verständnis hat er betrachtet nicht nur schwarz und weiß sondern wir haben Angelegenheiten in diesen Angelegenheiten ist es so dass wir unterscheiden müssen zwischen einem Fall und dem anderen Fall Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Ma'ida in der Ayah 51 Ich werde das Wort erklären weil alle Übersetzungen bezüglich Awliya sind unzureichend Manchmal findet ihr Übersetzung Was findet ihr für Übersetzung bezüglich Awliya? Schutzherren Freunde Freunde Das ist alles unzureichend Das ist alles was? Unzureichend Und Allah azawajal sagt weiter وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Und wer sich dann zu Awliya nimmt der gehört zu ihnen Der gehört zu ihnen bedeutet er ist im Urteil ein Kafir wie sie إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ عَضْظُ عَلِمِينَ Wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala Er leitet nicht das Volk der ungerechten Recht Hier müssen wir eine Sache bedenken Was bedeutet Awliya? Awliya ist ein Wort welches mehrere Dinge miteinander vereint Das hat mit Freundschaft zu tun Das hat mit Liebe zu tun Das hat mit Unterstützung zu tun Unterstützung in der Sache von demjenigen den man unterstützt sei es mit seiner Religion Und das hat auch damit zu tun dass man ihm zum Sieg verhelfen möchte All das ist in dem Begriff Awliya beinhaltet Und hier sehen wir das ist nicht nur Freunde Ja Jetzt zum Beispiel Ein Muslim hat einen Freund der heißt Klaus Okay Natürlich wir sagen Ein Muslim darf nicht mit Nicht-Muslimen befreundet sein Befreundet Wir meinen jetzt nicht Arbeitskollege Klassenkamerad oder sonstiges Befreundet Richtige Freundschaft Die ist nicht zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen Aber Mal angenommen Einer hat jetzt einen Freund der heißt Klaus Ist er jetzt in dieser Aja Hat er sich Klaus zum Wali genommen oder zu Awliya Natürlich nicht Weil Das ist das Problem Wenn du das Wort Awliya auf eine einzige Bedeutung begrenzt Dann kommt eine Katastrophe heraus Also sagen wir nochmal Was bedeutet Awliya Was beinhaltet das alles? Freundschaft Liebe Unterstützung Und dass man ihm zum Sieg verhelfen möchte Das alles ist Awliya Jetzt bekommt das Wort eine ganz andere Bedeutung Und hier haben wir den Fall dass wir sagen Wenn einer das möchte für diese Leute dann hat er sie sich tatsächlich zu Awliya genommen und er hat dasselbe Urteil wie sie mit Ijma Allah gelehrt Und Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab er hat in seinem Buch Kitab al-Tawheed ein Naqid Al-Islam wo er über dieses Thema spricht Das heißt dass man den Feinden den Kuffar dazu verhilft dass sie die Muslime bekämpfen Wir hatten vorher gesagt es gibt nicht nur eine Form von Awliya oder wenn wir über Walah und Barah sprechen Was heißt Walah und Barah Walah ist die Genau Richtig und wenn man das Wort richtig übersetzen will dazu gehört Al-Mahabba die Liebe zu dieser Person diese Liebe und es ist diese Loyalität und Al-Barah ist die Lossagung dass man sich los sagt von einer Sache dieses Thema ist genau das worüber wir jetzt reden weil Allah hat uns verboten uns mit den Kuffar zusammen zu tun in irgendeiner Weise nein sondern die Kuffar zu unterstützen gegen die Muslime wie kann man sowas auch machen Auzabillah wer so etwas tut was soll er anders sein als ein Ungläubiger sondern dieses ist eine Form vom großen Kuffer bedeutet jetzt müssen wir darauf achten kannst du uns bitte nochmal den ersten Satz lesen Jan Verbot Ungläubige gegen Gläubige zu unterstützen wer von Herzen zu den Kuffar hält um ihren Kuffar aus Abneigung gegenüber der Religion zu unterstützen wer vom vom Herzen ihr hört von bestimmten Leuten von einer bestimmten Gruppierung dass sie immer sagen nur das äußerliche nur das äußerliche alles andere ist unerheblich wir werden sehen dass das überhaupt nicht stimmt natürlich das ist allgemein aber es gibt Fälle wo das nicht stimmt eine Person x y und das Problem ist diese Ayah ist nicht nur auf Führer begrenzt es gibt Leute die wollen bestimmte Ayah nur auf Führer begrenzen genauso die Ayah und wer nicht mit dem richtet was Allah herabgesandt hat das sind die das sind die Ungläubigen wer sagt dass das nur für Führer bestimmt ist der ist im Dalal in der Irre diese Ayah gilt für wen für wen für alle für alle Leute Sheikhul Islam rahimullah ta'ala sagte sogar wenn ein Lehrer ungerecht ist bei der Beurteilung der Schrift von zweier Schüler hat er mit etwas gerichtet was nicht Allah herabgesandt hat ein Lehrer was denkt ihr dann über die anderen Angelegenheiten das geht um jede Person nicht nur auf die Führer bezogen so jetzt haben wir eine Sache die wir damit verbinden dass man in den großen Kuffer gelangt wenn man diese Auliyah diese Muala zu den Kuffar sowohl im Herzen als auch äußerlich begeht ich will das erklären eine Person geht zu den Ungläubigen und sagt ihnen ich liebe euch ihr seid Leute ich stehe Fuß an Fuß mit euch ich bin immer an eurer Seite und wer auch immer euer Feind ist ist mein Feind und selbst wenn es die Muslime sind dieser hat äußerlich etwas gesagt richtig aber wenn er das was er äußerlich gesagt hat auch im Herzen trägt dann ist er ein Kefir das heißt wir reden über zwei Aspekte über was äußerlich und innerlich jetzt brauchen wir Beweis dafür kommen wir gleich dazu in Schama das heißt es ist hier nicht nur die äußerliche Tat die man macht dass man gegenüber den Kuffar dieses zeigt diese gewisse Art von Loyalität sondern man muss das auch im Herzen verinnerlichen wenn beide Sachen zustreffen äußerlich und innerlich dann haben wir einen Zustand wo wir sagen Al-Hukum ist Kuffr das Urteil ist Kuffr kommen wir zur zweiten Situation wir haben gesagt das ist nicht nur eine Situation das ist die zweite Situation wer nach außen den Kuffar dieses zeigt aber er liebt sie nicht im Herzen sondern er hat ihn lediglich äußerlich gezeigt dass er zu ihnen steht dieser ist kein Kaff das ist ein großer Sünder und dazu gibt es den Hadith er wurde teilweise bei Bukhari und auch bei Imam Muslim überliefert von Ali er berichtete verzeiht mir dass ich den Hadith weil wir wenig Zeit haben nur auf Deutsch lesen kann er ist auch etwas länger der gesamte Allah sagt Ali ibn Abi Talib ließ mich Al-Zubair und Al-Migdad zu sich kommen das heißt drei Leute und sagte reitet zum Garten so und so dort werdet ihr eine reisende Frau antreffen die einen Brief bei sich hat nehmt diesen Brief an euch und bringt ihn mir ein Brief den eine Frau versteckt hat wo werden wir gleich hören diesen Brief wollte der Gesandte bringt ihn mir dann sagt Ali ritten los und ließen unsere Pferde weit ausgreifen bis wir jene Frau gefunden haben das heißt die Frau die den Brief hatte wir sagten zu ihr gib uns den Brief sie sagte ich habe keinen Brief hat gelogen natürlich wir sagten gib uns den Brief oder wir müssen dich von Kopf bis Fuß durchsuchen da holte sie den Brief den sie in ihrem geflochtenen Haar versteckt hatte schaut mal der Prophet er wusste ja gar nicht wo diese Frau ist und er wusste nicht wo sie den Brief versteckt hatte aber was kam heraus Al-Wahiy das heißt die Offenbarung von Allah so dass Allah ihm aufgezeigt hat wo diese Frau den Brief versteckt hat in ihrem Haar so nahm sie ihn und gab ihn uns da kehrten wir zum Gesandten zurück bei dem Brief handelte es sich um ein Schreiben von Hatib an einige Muschrikien in Mekka an einige was an einige Muschrikien in Mekka in dem er sie von einigen Plänen des Gesandten unterrichtete das heißt mit anderen Worten Hatib hat den größten Verrat betrieben den man nur betreiben kann er hat den Leuten in Mekka gesagt schaut mal in Kürze wird euch der Gesandte Sallallahu Alayhi Wasallam angreifen Hochverrat Hochverrat niemand durfte diese Wörter weiter tragen natürlich schon gar nicht an die Muschrikun warum weil das natürlich ein Plan war vom Gesandten Sallallahu Hatib war eine Person er hatte nicht so den Stamm hinter sich ihr wisst damals waren die Stämme hinter dir wie heute sagt man Clans wenn du dich mit jemanden anlegst legst du dich mit der ganzen Sippe an und so war das damals auch schon gewesen bei den Arabern dass wenn du kein Clan hinter dir hattest dann sah es schlecht aus warum hatte Mohammed ein nicht noch schlimmeres Leben gehabt weil Abu Talib war hinter ihm und Abu Talib war ein Mann von Rang und Namen und so haben sie darauf geschaut schaut mal mit Abu Bakr wurde nicht das gemacht wie zum Beispiel mit Bilal Al-Habashi Schaut mal wie sie Bilal Al-Habashi behandelt haben Abu Bakr haben sie nicht so behandelt Omar haben sie nicht so behandelt Hamza Abdel Muttalib haben sie diese Leute wen hinter sich hatten Familie Hatib hatte dieses nicht er wollte wen schützen seine eigene Familie deswegen hat er gesagt der Gesandte kommt zu euch und wird euch angreifen und hat ihm lehre Informationen gegeben wir brauchen nicht darüber zu reden dass das Verrat ist dann hat der Gesandte ihn zu sich kommen lassen und sagte was ist mit diesem Brief er sagte oh Gesandte Allah verurteile mich nicht vorschnell ich war den Qurayshiten so wie anhänglich also ich habe eine Beziehung zu ihnen ich will nicht dass ihnen was passiert und er stand in Verbindung mit einigen Quraysh ohne aber mit ihnen verwandt zu sein alle muhajirun die bei dir sind haben verwandte in makka sagte er zu ihm die ihre frauen und kinder dort beschützen ich aber habe keine verwandtschaft dort und wollte mit diesem Brief das wohlwollen einiger Quraysh erwerben damit sie sich meiner Angehörigen annehmen passt auf subhanallah er wollte sich da mit den Qurayshiten nähern mit diesem Brief damit sie wen schützen seine Familie das heißt nach außen hat er ihnen was vorgegeben bitte richtig jetzt passt auf auf die Wörter ich habe es nicht getan weil ich ein Ungläubiger bin wusste er wie groß das Ausmaß seiner Tat ist oder weil ich vom Islam abgefallen bin und den Unglauben dem Islam vorziehe der gesamte sallallahu alaihi wasallam sagte zu seinen Gefährten er hat die Wahrheit gesagt wir gehen jetzt mal durch warum das ein klarer Beweis ist dass nicht jede Art Kufr bedeutet wie wir den großen Kufr als ersten Fall genannt haben wir haben gesagt innerlich und unäußerlich so Al-Hatul hat ein Verbrechen begangen ohne Zweifel wegen ihm kam Ayat herab wir hören sie gleich inshallah aber der erste Punkt der ihn vom Kufr befreit erster Beweis ist dass er für seine Familie das gemacht hat und nicht innerlich nein nein der erste Beweis ist der Gesandte Sallallahu Sallam fragt ihn warum hast du das gemacht bei klarem Kufr also was hat der Prophet Sallallam hier gemacht mit ihm was heißt was ist diese Befragung ja was heißt diese Befragung okay was heißt das die gibt es ja nicht im Islam wir reden jetzt über eine Tat die Kufr ist oder nicht die Kufr ist ohne Zweifel die Gelehrten sagen wenn Al Istifzar vorkommt ich erkläre gleich das Wort dann geht es hier nicht um einen klaren Kufr Istifzar bedeutet dass du nähere Informationen verlangst weil der Prophet Sallallam sagt ihm warum hast du das getan klare Sache Nummer eins Nummer zwei er sagt er hat die Wahrheit gesprochen er hat die Wahrheit gesprochen bedeutet dass er nicht das gemacht hat weil er in den Kufr gefallen ist Nummer drei schaut mal der Gesandte sagte zu seinen Gefährten er hat die Wahrheit gesagt Omar rief oh Gesandte Allah lass mich diesem Heuchler den Kopf abschlagen lass mich diesem Heuchler den Kopf abschlagen jetzt erstmal Omar vom Wissen her wo steht er ganz weit oben war einer der wissendsten unter den Sahabern ohne Zweifel was sagte Omar lass mich den Heuchler den Kopf abschlagen wie hat Omar ihn genannt ist das Takfir ja oder nein wenn du zu einem sagst du Kafir dann kennst du die Konsequenz wenn du sagst du Heuchler schlimmer oder weniger schlimmer das ist schlimmer weil die Heuchler sind schlimmer dran als die als die Kuffar weil ich die Heuchler sind am tiefsten Grund des Bodens wer sagt mir warum sagte Omar lass mich dem Heuchler den Kopf abschlagen warum weil er nach dem äußerlichen geurteilt hat und alles äußerliche wenn wir ehrlich sind deutet auch darauf hin dass er den großen Kuffer gemacht hat oder da brauchen wir nicht drüber zu reden überlegt mal einer der verrät die Geheimnisse vom Propheten er tut so schmeichelt sich bei den Leuten ein und 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 zum Schluss sagt er tut mir leid hier haben wir einen klaren Beweis dass Omar falsch gelegen hat warum weil der Prophet dann sagte er sagte er hat an der Schlacht von Badr teilgenommen das heißt Hatub er hat an der Schlacht von Badr teilgenommen und wer weiß vielleicht hat Allah sich den Kämpfer von Badr in besonderer Weise angenommen und gesagt macht was ihr wollt ich habe euch bereits verziehen mit anderen Worten er hat Hassanat von der Schlacht von Badr Frage wenn man den großen Kuffer oder den großen Schirk macht was bleibt übrig von den Hassanat es wird alles gelöscht Allah sagt und es wurde dir bereits offenbart ja Mohammed und denjenigen die vor dir waren dass wenn jemand dass wenn du Schirk begehst ansprach Rasulullah und das war natürlich für seine Ummah weil ein Prophet macht niemals Schirk dass wenn du Schirk begehst dass alle deine Taten hinfällig werden Frage waren alle seine Taten hinfällig dritter Beweis dass er kein Käfer ist es gibt noch einen Beweis daraufhin nach dieser ganzen Aktion offenbarte Allah Ayat aus Surat in der ersten Ayat O ihr die ihr glaubt nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Auliyah indem ihr ihnen Zuneigung Liebe zeigt wo sie doch die Wahrheit leugnen die zu euch gekommen ist wie hat Allah diese Eier begonnen O ihr Gläubigen O ihr Gläubigen mit Übereinstimmung aller Gelehrten geht die Aya um Hatib das heißt wenn Allah sagt O ihr Gläubigen hat er gesagt Beweis über Beweis über Beweis über Überweis was den Khawarijin schreit Was heißt das Ganze Hier sagen wir Hatib hat Wowala betrieben und warum ist er kein Käfer geworden Zum Einen weil er innerlich den Kofan nicht die Loyalität erwiesen hat sondern nur äußerlich und er hatte einen Grund weswegen er das gemacht hat Äußerlich hat er was gemacht hat er diese Tat begangen aber innerlich hat er Allah geliebt sein Prophet geliebt sonst hätte Allah ihn nicht was bescheinigt dass er Iman hat und wer so klare Beweise leugnet der ist krank man kann es nicht anders nennen wisst ihr dass die auch mit diesem Hadith rumspielen du kannst zu jeder Sache etwas sagen die Frage ist nur wie viel Wahrheitsgehalt hat das und daher sehen wir Hatib hat das nicht gemacht weil er ihnen die Loyalität im Herzen gezeigt hat nein sondern viel mehr hat er das gemacht wegen fassen wir es mit einem wort zusammen wegen dunia das ist alles wegen der dunia ich gebe euch jetzt nur ein Beispiel man geht zum Beispiel zu einem Präsidenten und sagt ihnen wie sieht es aus wir wollen zum Beispiel etwas gemeinsames Unternehmen dann sagt er ich bin dabei und macht mit ihnen das und tut so als ob er mit ihnen zusammen ist wir haben heute ein großes Problem ein Land kann nicht mehr alleine ohne in diesem wirtschaftsgeflecht oder in anderen militärischen Sachen mit anderen verbunden zu sein ihr wisst wie die Situation aussieht wir sind nicht mehr wie früher dass jeder sein Schwert nimmt und sein Reittier und dann reitete er los nein dieses diese neue Welt ist verbunden durch durch was verpflichtung sei es in wirtschaftlicher Hinsicht sei es in militärischer Hinsicht und 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 so arbeiten Feinde mit Feinde zusammen heißt das aber dass wenn jetzt ein übles tun da unter denjenigen egal ob er Führer oder Obrigkeit oder sonstiges ist dass wenn er in einer gewissen Art und Weise Walah zeigt gegenüber dem Kuffar dass er in jedem Fall Kaffir ist man schickt sich heutzutage Bilder zum Beispiel sagt man guck mal der Präsident wurde mit dem Feind des Islams gesehen wie kann man aufgrund von einem Foto die zeigen dir ein Foto zum Beispiel ein Muslim steht neben zum Beispiel zwei Kaffir dann sagt er die guck mal der arbeitet mit dem Kuffar zusammen der ist Kaffir wer sowas sagt ist einfach ein Ahmad ein Schwachkopf warum weil es kein Beweis dafür ist so dieser hat äußerlich Loyalität gezeigt aber im Herzen hat er diese Leute nicht gemacht es ging ihm nur um seine Familie und genau so ist das Urteil wenn so jemand etwas macht er zeigt nach Außen Loyalität gegenüber dem Kuffar aber innerlich mag er sie nicht er macht das aber wegen was wegen was haben wir gesagt wegen Dunja dann kannst du nicht sagen in jedem Fall ist er ein Käfer natürlich warum diese Themen damit wir uns von diesen Leuten unterscheiden die einfach leichtfertig den Takvil über Leute aussprechen und sie wissen gar nicht was er im Herzen hat dann sagen sie dir müssen wir immer gucken was er im Herzen hat muss er es erst sagen eine Frage hast du mehr wissen als Rasulullah bekommt doch Wahi bekommt was Wahi hätte er nicht einfach sagen können du bist Kaffir natürlich oder du bist kein Kaffir nein aber was hat er uns beigebracht warum hast du das gemacht warum hast du das gemacht Führer XY warum hast du das gemacht vielleicht macht er einen schweren Fehler natürlich und die gibt es aber ein Urteil zu sprechen ist ein Verbrechen warum weil wir müssen lernen wir schützen nicht die Person sondern wir schützen was die Religion Allahs stellt euch mal vor und der beste Beweis für das was ich sage die Chawarit schließen sie uns aus vom Islam ja oder nein sagen sie bei uns wir sind Kuffar klar Frage machen wir dasselbe mit ihnen ok aber warum schützen wir sie hier in diesem Falle weil wir sie lieben weil wir sie lieben warum schützen wir sie wegen dem Urteil und das verstehen viele Leute nicht das verstehen viele Leute nicht das heißt wir sind vorsichtig mit diesem Takfir weil Hartib ist doch der beste Beweis wie viele Hartibs gibt es in dieser Zeit im zweiten Fall wir haben gesagt im ersten Fall äußerlich innerlich dieser ist Kafer mit Ijma'ala gelehrten das Problem ist was die Leute der Bidda machen ob es von Chawarit oder Schia oder anderen die nehmen Sachen die stimmen von der einen Seite aber dann mischen sie mit Beispielen anderen Beispielen die gar nichts damit zu tun haben und das seht ihr immer wieder aber derjenige der nur eine Eier kennt er sagt oh ihr die ihr glaubt nehmt euch nicht die Juden und die Nasara und die Christen zu Schutzherren oder zu Auliyah das stimmt ich sehe gerade das Foto von ihnen mit den beiden so läuft das heute weil dieser nicht unterscheiden kann aber es sind noch nicht alle Fälle von Alwala der erste äußerlich und der zweite was hat er gemacht äußerlich zeigt er Alwala aber innerlich vielleicht der verflucht und verdammt sie das heißt nicht wenn ein Präsident mit bestimmten Leuten zusammen arbeitet weil er ihnen auch Liebe gegenüber bekundet wie ich euch gesagt habe die Welt heute ist nicht mehr wie früher sie ist verflochten miteinander und manchmal musst du was sagt man im deutschen manchmal musst du einen Frosch küssen wisst ihr was das bedeutet manchmal muss man Frosch küssen das heißt manchmal musst du etwas machen was dir nicht lieb ist aber damit du etwas erreichst das ist die Sache der dritte Fall absolute Walah den Leuten gegenüber zu zeigen absolute Walah den Leuten gegenüber zu zeigen ist kein Kuffer der dritte Fall wie Allah sagt in Surat Ali Imran dieses Wort was wir brauchen jetzt Allah berichtet uns hier dass wenn ein Muslim in Lebensgefahr ist wenn ein Muslim in Lebensgefahr ist dann kann er Taqiyah betreiben Passt auf jetzt den Unterschied zwischen uns und Schia dann kann er Taqiyah betreiben was heißt Taqiyah Lügen zum Nutzen von einer Sache er hat einen Nutzen darin deswegen lügt er wie zum Beispiel die Schia wenn sie mit den Sunniten diskutieren im Fernsehen die sagen wir haben niemals gesagt Aisha ist eine Sanja er er sagt das alle drei Minuten aber im Fernsehen damit er was bekommt Aufmerksamkeit sagt er wir erklären nicht die Sahaba zu Kuffar sagt er Taqiyah um einen Nutzen zu erzählen diese Taqiyah ist in der Tat erlaubt wann wenn du in Lebensgefahr bist zum Beispiel es kommt jetzt stürmt einer hier rein mit Maschinengewehr und trägt Mohammed das Maschinengewehr an den Kopf und sagt bist du Muslim Mohammed sagt nein ich bin kein Muslim ich bin Jude wird er damit zum Kaffir warum nicht außer ihr fürchtet euch vor ihnen ihr fürchtet euch vor ihnen das heißt vor euren Feinden hier kannst du Taqiyah betreiben schaut mal den Unterschied zwischen uns und den Schia wann wenden wir Muslime Ahle Sunnah diese Taqiyah an bei lebensbedrohlichen Lagen wann wenden die Schia das an in jeder Lage sogar haben sie eine Überlieferung erlogen angeblich von Jafar As-Sadiq im übrigen Jafar As-Sadiq ist natürlich eine sehr gute Person von Ahle Sunnah aber wie ihr wisst auch die ethische rechte lehre und die folgen gar nichts die folgen nur Schaitan und ihren Hauer hier sagen hier nehmen sie alles zu Taqiyah und sagen es gibt eine Aussage von Jafar As-Sadiq dass er sagte wer keine Taqiyah anwendet hat überhaupt keine Religion das heißt für sie die Basis für die Religion ist Taqiyah wann wenden Ahle Sunnah das an nur im Notfall was haben sie gemacht die Schia haben den Notfall gemacht zu einem allgemeinen Fall wenn ihr seht Schia und Hawaric sind sich sehr ähnlich bis die Gelehrten gesagt haben das sind zwei Gruppen die eigentlich politischen Ursprung sind die haben nichts mit der Religion zu tun Religion wurde nur reingemischt damit man letztendlich weiterkommt möge Allah uns bewachen das ist der dritte Fall zum Beispiel vor einigen Jahren habt ihr vielleicht noch das mitbekommen in Sri Lanka gab es einen Anschlag wisst ihr von diesen verrückten Leuten die es in jeder Zeit gibt die Bomben legen um Kuffar zu töten und meistens Muslime von den Hawaric die haben einen Anschlag gemacht daraufhin ist das Volk rausgekommen von Sri Lanka und sind zu den Läden und zu den Häusern der Muslime gegangen die eine absolute Minderheit waren und sie standen draußen und waren bereit sie zu töten ok eine Frage wenn hier die Muslime rauskommen zu ihnen und ihnen sagen wir sind eine Seele wir und ihr wir lieben euch wir unterstützen euch sagt uns nur was ihr wollt wir machen das großer Kuffer oder nicht Sünde gar nichts kein Kuffer kein Sünde warum außer ihr außer ihr fürchtet euch vor ihnen die Ausnahme daher haben wir hier einen dritten Fall wo es weder Kuffer ist noch eine große Sünde ist wie in den ersten beiden vorangegangenen Fällen sondern hier ist das sogar erlaubt mit der Bedingung dass man daran nicht natürlich was im Herzen glaubt und ein vierter Fall wo die Leute des der irre zum Beispiel Leuten vorwerfen ihr habt Wallah mit den Kuffar jetzt eine Botschaft von den Kuffar ist zum Beispiel in unseren Ländern das hat überhaupt nichts mit Wallah zu tun das Thema hat gar nichts mit Wallah zu tun hier geht es nur um was diplomatische Beziehung Pässe Wirtschaft weiß ich nicht schieß mich tot diese vier Fälle unterscheiden die Ahlus Sunnah bei den Khawaric gibt es nur einen Fall immer Kafir da liegst du auf der sicheren Seite aber dieses sagen unsere Beweise nicht Daher liebe Geschwister haben wir gesagt ist nicht immer dasselbe was die Leute denken sondern man muss unterscheiden zwischen Fällen und Fällen manche sind große Sünde ja manche sind aber gar keine Sünde und erlaubt in lebensnotwendigen Situation und andere haben überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun obwohl sie diesem Thema zugeschrieben werden Nummer 49 Ausschuss aus dem Islam erfolgt nur mit Gewissheit und mit Beweis wer da mit Gewissheit in den Islam eingetreten ist darf auch nur mit Gewissheit vom Islam ausgeschlossen werden die Grundlage in Bezug auf denjenigen an dessen Verbleib im Islam bezweifeln ist dass er ein Muslim ist außer wenn wir einen klaren Beweis gegen ihn haben richtig und das ist eine Regel bei Ahlus Sunnah und Jamaah manche denken diese Regel gilt nur für Nein das ist eine Regel die durchzieht sich durch die gesamte Religion und zwar ist die Regel Gewissheit kann durch Zweifel nicht aufgehoben werden denn die Gewissheit überwiegt Gewissheit kann nicht durch Zweifel aufgehoben werden stell dir vor du sitzt gerade so und weißt in Kürze ist das Gebet jetzt überlegst du habe ich Wudu oder nicht du weißt nicht mit Gewissheit dass du dein Wudu verloren hast kannst du beten in dem Zustand ja oder nein kann man beten man kann beten warum weil du keine Gewissheit hast dass du dein Wudu verloren hast also wenn du keine Gewissheit hast dann hast du dann hast du Wudu auch wenn du kein Wudu hattest weil du keine Gewissheit hattest okay und deswegen sagen die Gelehrten man thabata islamuhu biyaqin falaya zulu illa biyaqin derjenige dessen Islam mit Gewissheit bestätigt wird dessen Islam kann auch nur mit Gewissheit aufgehoben werden man thabata islamuhu biyaqin falaya zulu illa biyaqin ich möchte das erklären zum Beispiel einer kommt zu uns in die Moschee herein und nimmt den Islam an er sagt die Leute sagen dreimal Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar das gehört ja zur Säule mittlerweile so jetzt kommt einer und sagt uns schau mal ich glaub den nicht da ist irgendetwas was nehmen wir seine Bestätigung vom Islam oder die Aussage von dem anderen warum das ist für uns was Gewissheit wir haben es gesehen gehört es ist Gewissheit dann können wir nicht irgendeine Aussage von jemandem nehmen und sagen nein der ist kein Muslim warum weil sich sein Islam mit was bestätigt hat mit Gewissheit sogar sagte Sheikhul Islam rahimullah ta'ala dass wenn wir über einen Munafiq einen Heuchler nicht wussten dass er Heuchler ist weil die Heuchler tun so als ob sie Muslime wären dann waschen wir ihn wickeln ihn mit den Totentücher Leichentücher und beten auf ihn das Gebet warum weil wir nicht wissen dass er ein Heuchler ist aber jetzt Gegenfrage wird das dem Heuchler was bringen dass wir ihn gewaschen haben in Leichentuch getragen haben nichts aber versteht ihr was die Aussage von Sheikhul Islam warum weil wir haben keine Gewissheit für uns er war unter uns hat uns Salam gegeben wir haben ihn gesehen er hat gebetet reicht uns wir sind nicht vom Geheimdienst dass wir bei jedem eine Akte anlegen müssen manche machen so etwas deswegen ist das so dass wir sagen die Gewissheit von einer Person dass wir wissen er hat den Islam angenommen und wir hören jetzt ein wunderschönes Beispiel das reicht uns aus dann kommen wir nicht indem wir vermuten und zweifeln und 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 der Beweis dafür die Überlieferung dieser Wortlaut ist von Imam Muslim von Osama ibn Sayyid er sagt sie wurden zu einer als Reitertruppe geschickt und haben den Kampf gegen die Kuffar geführt in dieser Schlacht gab es eine Person von den Muschrikun von den Götzendienern er hat viele Muslime getötet ich füge jetzt einige Überlieferungen zusammen das steht jetzt nicht hier in dieser Überlieferung einzig und allein es gibt darüber sehr viele Überlieferungen auch bei Al-Bukhari so hat dieser Muschrik viele Muslime getötet dann haben die Sahaba gesagt zu Osama ibn Sayyid das ist dein Mann du musst dich um ihn kümmern dann sagt er als Osama ibn Sayyid diesem Muschrik gegenüber stand der viele von den Muslimen den Sahaba getötet hat so stand Osama ibn Sayyid vor ihm wollte sich ihn vorknüpfen was ist passiert beim Gegner er hat die Scherde gesprochen ja aber zuvor er hatte was nicht in der Hand gehabt das ist wichtig er hat kein Schwert mehr in der Hand gehabt auf einmal sagt er überlebt man er tötet viele Sahaba er ist im Krieg auf der Seite der Kuffar Adrenalin auf einmal sagt er la ilaha illallah jetzt unter uns hätte nicht jeder das gemacht was Osama gemacht hätte ehrlich ich meine es gibt hier für dich keine andere Möglichkeit außer dass er das gemacht hat was sagte Osama er sagte das aus Angst vor meiner Waffe sozusagen schaut mal was Rasulullah Sallallahu allahu 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 hast du hast du etwa sein Herz geöffnet um zu bestimmen ob er es wirklich aufrichtig gesagt hat oder nicht Allahu Akbar das heißt für Rasulullah Sallallahu Allaihi dann hat der Gesandte Sallallahu Allaihi wassalam das so weit so oft wiederholt hast du sein Herz geöffnet hast du gewusst was in seinem Herzen ist bis ich mir gewünscht hätte erst an diesem Tag den Islam angenommen zu haben was meinte er damit bis ich mir gewünscht hätte an diesem Tag den Islam angenommen zu haben sehr gut Allah deswegen hat er gesagt hätte ich heute den Islam angenommen wäre der Mord eine zuvor begangene Tag und ab dem Islam werden alle meine Sünden vergeben wie soll ich den Mord verantworten vor Allah Lass uns nochmal wiederholen Krieg Adrenalin einer tötet die ganze Zeit die Gläubigen ist auf der Seite der Kuffar hat nichts von La ilaha illallah gesagt erst als sein Schwert runterfällt und Osama schon bereit ist ihn zu köpfen sagt er einen Moment mal La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wie viele Faktoren noch die einen zum Zweifel bringen und trotzdem sagen wir wessen Islam mit Gewissheit bestätigt ist wird auch nicht so ist die Sache ja ja diese Themen tun weh aber das ist Religion ganz im Ernst unter uns hätte nicht Rasulullah gesagt einer mehr oder weniger ja oder nein hätte das nicht sagen können hat er getötet oder nicht von den Sahaba hat der Prophet die Sahaba geliebt dann hätte man locker sagen können ein mehr oder weniger hat er es gesagt und hier seht ihr die Gerechtigkeit von der Religion und im Übrigen an dieser Abu Kalashnikov und Umkalashnikov jetzt gibt es auch Umkalashnikov der Dschihad ist nicht da damit man Leute qualvoll tötet der Dschihad ist da um Gerechtigkeit zu bringen habt ihr den Unterschied gemerkt weil manchen geht es nur um was um das Blut vergießen selber ich habe selber von einem gehört damals so ein Abgeordneter der ist dann auch zu Daesh gegangen der hat gesagt es macht so einen Spaß jemanden mit einem stumpfen Messer die Kehle durchzuschneiden mit einem stumpfen Messer hier siehst du schon von welcher die Leute Allah sagt und bekämpft diejenigen auf dem Weg Allahs aber seid dabei nicht maßlos Allah liebt nicht die maßlosen schaut mal selbst als Khalid Ibn Walid der Prophet hat ihn doch geliebt sie haben einen Krieg begangen gegen die Muschlikun Khalid Ibn Walid hat eine Frau getötet dann hat der Prophet Wer hat das gemacht dann wurde zu ihm gesagt Khalid Ibn Walid dann sagte er Ich sage mich los von der Tat von Khalid Ibn Walid nicht von Khalid Ibn Walid sage ich mich los weil er ist Muslim aber von was sage ich mich los von der Tat Krieg Muschlikah Nein unsere Alhamdulillah so ist unsere Religion das heißt der dessen Islam bestätigt ist mit Gewissheit so können wir ihn auch nur ausschließen vom Islam mit Gewissheit jetzt nimmt mal diese Regel die wir haben von Ahlus Sunnah und übertragt sie auf Leute die sagen alle in Saudi sind Kuffar alle in der Türkei sind Kuffar alle in Jordanien sind Kuffar die reden nicht mal über eine Person sondern über ein ganzes Land eine ganze Nation aber wenn man Allah nicht fürchtet wie es zwei Leute gab das ist eine wahre Geschichte die waren bei der Hajj und haben gerade Tawaf gemacht sagte der eine zum anderen der Takfiri er sagte siehst du alle Leute die hier sind beim Hajj die sind alle Kuffar außer wir beide außer wir beide der andere war bis dato auch noch so auf seinem Manaj dann hat er angefangen zu überlegen nach diesem Satz er hat ihm gesagt du meinst das Paradies gehört nur uns beiden niemand anderen er hat gesagt ja er gesagt du kannst das Paradies für dich alleine behalten so sind die die haben erzählt als diese Sache mit Daesh war die haben gesagt alle sind Kuffar außer unserer Gruppe Daesh alle anderen sind Kuffar und schaut mal subhanallah Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab als er die Worte gesagt hat sagte er und es gibt Leute die behaupten dass wer nicht zu uns auswandert was meinte er wer nicht zu uns auswandert weil zu dieser Zeit hat Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab mit Leuten sozusagen ein islamisches Reich gegründet und dann haben Leute behauptet wenn nicht zu diesem islamischen Reich kommt und Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab war nicht Abu Bakr Bardadi wenn nicht zu diesem islamischen Reich kommt so ist er ein Kefir was sagte Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab er sagte wir niemals die Leute bezeichnen die nicht hierher auswandern als Kuffar das ist eine Verleumdung dass ich Leute einfach so vom Islam ausschließe er spricht sich frei und die Takfir sagen doch er macht den Takfir Sheikh Mohammed Abdul Wahab sagt dass eine Verleumdung über mich dass ich einfach so wahllos den Takfir mache er sagt das selber und sie sagen nein nein Sheikh Mohammed Abdul Wahab du bist du bist Takfir du weißt es nur noch nicht was für eine merkwürdige Sache er sagt sich los davon die Texte sind doch da auf jeden Fall wenn wir sehen dass jemand Muslim ist wir haben die Gewissheit dann kommt keiner so leicht und sagt uns der ist Kafir auch wenn er mir was sagt über den der muss nicht die Wahrheit sagen der kann auch lügen schau mal wie viel über Präsidenten gelogen wird über Gelehrte gelogen wird über Leute Umara also Amire gelogen wird immer alle wird gelogen schau mal wie viel über uns gelogen wird habt ihr nie gehört Abul Barah ist Kafir oder sonstiges habt ihr doch schon gehört deswegen was wenden wir jetzt an für eine Regel und hier sind leider viele durchgefallen mit dieser Regel Muslime von denen wir hören dass die Gesetze des Islams was sind mittelalterlich zurückgeblieben nicht zeitgemäß das Urteil darüber ist dass man den großen Kuffer begangen hat diese Scharia ist die letzte Scharia gewesen die Allah bestimmt hat und sie wird bleiben bis zur Stunde und wer dann sagt dass diese Religion oder Teile der Religion mittelalterlich sind dieser hat den großen Kuffer begangen überlegt mal ich habe selber einen gesehen von Zentralverrat der Muslime die nennen sich Zentralrat der war einmal eingeladen bei einer Show und dann hat der Moderator so ein paar Sachen genannt was im Koran drin steht natürlich über Krieg und Dschihad und alles drum und dann sagte der Moderator ja aber im Koran bei euch an den Vorsitzenden vom Zentralverrat im Koran von euch steht doch 1 2 3 4 habt ihn vorgelesen aus dem Koran dann sagte er ja aber im Koran steht nicht nur Schlechtes im Koran steht nicht nur Schlechtes das heißt er hat damit diese Verse als was bezeichnet überlegt mal wer spielt noch hier mit diese Religion ist die perfekteste Religion von Allah für jede Zeit für jedes Volk und an jedem Ort wenn du auch auf den Mond fährst du müsstest beten und fasten zakah musst gucken ob es ein paar außerirdische gibt die arm sind damit du ihnen die zakah gibst aber dieses müsste man trotzdem praktizieren egal wo du lebst das ist der Islam hier brauchen wir auch nicht so viel zu reden das ist die Religion ist mittelalterlich oder ist zurückgeblieben oder nicht zeitgemäß und das hören wir natürlich von diesen neuen Heuchler die sich liberale Muslime nennen Nummer 51 Verbot etwas von der Religion zu leugnen wer etwas von der Religion leugnet was notwendigerweise gewusst werden muss oder dem mehrfach überlieferten definitiv feststehenden Konsens widerspricht hat Kuffel begangen wie beispielsweise derjenige der gegen eine Gebets Pflicht ist oder die Pflicht des Fastens verleugnet na richtig hier redet der Sheikh darüber möge Allah ihn bewahren im guten er redet darüber dass sehr wichtig das ist ein sehr wichtiger Punkt auch hier fallen die Kauaric richtig durch es gibt Angelegenheiten bei uns die heißen das heißt Dinge die notwendiger weise von der Religion von der Religion die man wissen muss Dinge die man notwendigerweise von der Religion wissen muss was denkt ihr was gehört dazu was weiß jeder Muslim Existenz Allah und Einheit ok klar gebet sehr gut das sind Dinge ein jeder weiß sie sogar mittlerweile die Kufar richtig und hier ist die allgemeine Regel dass ein Muslim niemals Dinge leugnen darf die notwendigerweise von der Religion gewusst werden müssen ein Muslim sagt zum Beispiel das Gebet ist nicht Pflicht allgemein ist er raus aus der Religion einer sagt Fasten ist nicht Pflicht allgemein ist er raus aus der Religion weil das Dinge sind die sind notwendigerweise müssen sie von einem jeden Muslim gekannt werden und jetzt passt auf warum fallen die Hawaric durch bis hier stimmen sie mit uns überein was ich gerade gesagt habe bis hier stimmen sie mit uns überein aber sie haben das bezogen auf alle Zeiten und alle Epochen falsch schaut mal was Shaykh Al-Islam sagte er sagte in Majmur Al-Fatawah und mir wurde zahlreich überliefert zahlreich wisst ihr das ist keine Lüge mehr weil zahlreich das heißt einer kommt von da von da von da die kennen sich nicht und sagen dir dasselbe mir wurde zahlreich überliefert dass bei einem muslimischen Land bei einem muslimischen stamm die leute gedacht haben dass sie erst beten müssen wenn sie im greisen alter sind davor ist das gebet nicht pflicht und er sagte dann wenn zu einer frau gesagt wird warum betest du nicht dann sagte sie es ist nicht pflicht für mich erst wenn ich im greisen alter bin was denkt die ausgeschlossen vom islam aber wir reden doch hier notwendigerweise zu wissen wir reden jetzt über eine zeit 700 jahre vor uns ungefähr das heißt unsere zeit ist ja noch schlimmer geworden aber er redet über einen zustand der weit vor uns war da sagt er da gibt es Leute die wussten nicht dass das Gebet verpflichtend ist und auch sagte er alte Männer von verschiedenen Stämmen haben gesagt das Gebet ist für ihn überhaupt nicht Pflicht wer sagt mir warum hat Sheikh Al-Islam sie nicht vom Islam ausgeschlossen richtig das heißt er hat ihnen was gegeben eine Entschuldigung und das verstehen die Hawarits nicht der nimmt das für jede Zeit es gibt eine Überlieferung von Ibn Maja von Hudaifah Ibn Yaman eines Tages fragte ihn Silla das war sein Bediensteter er sagte zu ihn nachdem er von Hudaifah gehört hat der Islam wird verblassen wie ein Kleidungsstück verblasst das heißt es wird viel vom Islam verschwinden dann sagte Hudaifah und die Leute werden nichts mehr Religion ihrer Vorväter außer La Ilaha Illallah außer was La Ilaha Illallah dann sagte Silla sein Bediensteter wird sie das schützen vor dem Höllenfeuer fragt und er wiederholte das dreimal bis Hudaifah Ibn Yaman wer war Hudaifah Ibn Yaman Sahib Sir Ibn Nabi das heißt der Geheimnisträger vom gesamten Er hatte die Liste mit den Heuchlern bekommen gehabt weil er so vertrauenswürdig war dann sagt der Hudaifah Ibn Yaman es wird sie retten vor dem Höllenfeuer das heißt wenn sie auch bestraft werden dann können sie kein Kuffar sein weil ein Kafir kommt für hewlich ins Höllenfeuer mit anderen Worten weiß man in Afrika so viel von den Muslimen über den Islam wie in Saudi-Arabien was sagt ihr wenn du in Saudi-Arabien fragen würdest Arkan und Islam könnte eigentlich jeder beantworten die Säulen des Islam in Mauritanien sogar kleine Kinder ist das in Afrika auch so ne ich meine Zentralafrika nicht nur im Dschungel da gibt es auch andere Gebiete muss man nicht in den Dschungel wir kennen Afrikaner ihr wollt sie gar nicht kennen was was wir gehört haben von denen wir machen Voodoo die machen Voodoo wisst ihr was Voodoo ist diese Puppe die denken ist nicht schlimm das ist ein Unterschied zwischen Voodoo und Voodoo das heißt wirklich so bei ihnen Frage ist Ägypten im Islam von der Stellung her wie Albanien das heißt was müssen wir betrachten bei Ma'lumun Minadini Bedarura Passt auf und das verstehen auch viele Takfiris und Chawaric nicht manchmal posten sie dir von einem Gelehrten etwas der gefragt wird über Entschuldigung der sagt nein es gibt keine Entschuldigung richtig weil er redet über welches Land was saudi versteht ihr warum sagt er gibt es keine Entschuldigung und damit hat er recht ab wann lernt man das schon in der Schule bis heute werden Bücher von Sheikh Mohammed unterrichtet bis heute da kann uns keiner sagen er ist nicht entschuldigt er ist entschuldigt da kann uns keiner sagen er ist entschuldigt aber ist das in Albanien so in Bosnien so in Afrika so in den Ländern wo der Islam später hingekommen ist nein und deswegen hier siehst du einen Fakir der Verstand hat im Vergleich zu einem der nur einen Beweis gehört hat und dann sofort schießt und sagt das ist Kuffer nein das ist nicht alles Kuffer deswegen wir sagen richtig und passt auf eine Sache Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahab hat von Sheikh Al-Islam übertragen und das haben auch Ibn Qudam Al-Maqdisi und andere bestätigt die Geschichte von den Sahabah von Qudamah den Sahabi Qudamah und seine Ashab und seine Gefährten die haben Alkohol getrunken und es als erlaubt gesehen Alkohol was haben wir gesagt das Verbot darüber notwendigerweise zu wissen natürlich ist klar die haben den Alkohol getrunken und und was gemacht ihn für erlaubt erklärt sie haben eine Eier in Surat Al-Maida gefunden und haben gedacht das für uns ist das erlaubt weil wir gottesfürchtlich sind die haben die Eier falsch verstanden Omar hat ihnen später das erklärt das war zur Zeit von Omar Ibn Al-Khattab wo er Khalifa dann hat Omar seine Leute beauftragt er war Amir Al-Mu'minin er hat ihnen gesagt bringt sie her wenn sie daran festhalten dass es für sie erlaubt ist dann töten wir sie als Leute die Murta die sind die Riddah gemacht haben und wenn nicht dann werden sie gepeitscht entsprechend dem was die Strafen im Islam vor sie passt auf auch wenn jemand entschuldigt ist bedeutet das nicht dass er nicht was bekommt seine Strafe dann wurden sie geholt und Omar hat sie gefragt Al-Tahawi der jenige von Kitab Al-Tahawiyah Al-Tahawiyah er sagte und hier gab es ein Ijma'at zwischen Omar und Ali und den Sahabern dass sie erstmal die Leute aufklären bevor sie sie bestrafen also nicht von Abu Handala und Abu ich weiß nicht Abu Riyad und von wem von Omar und von Ali und von den Sahaba dass man sie aufklärt bevor man an ihnen das Urteil vollstreckt aber nochmal was sagt Omar wenn wir sie aufklären und sie bleiben dabei dann töten wir sie als als Murta Dien Leute die Riddah gemacht haben wenn nicht was heißt wenn nicht dann heißt es hier sind eine Frage über wen reden wir Leute die im Urwald gewohnt haben wir reden über Kudama und seine Ashab sie waren an der Schlacht von Badr beteiligt sie haben unter Muslimen gelebt und trotzdem haben sie gesagt der Hamr ist Al 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 wir sagen zu den Karim ob sie im Urteil von Omar besser sind Allahu Al das meine ich ironisch natürlich das heißt richtig allgemein wir haben immer allgemein und speziell allgemein derjenige der etwas leugnet was notwendigerweise von der Religion gewusst werden muss, dieser ist ein Kaffir. Allgemeines Urteil. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa'a'a. Naam. Affen. Und bezüglich dem Konsens, was der Gelehrte hier erwähnt hat, wer ein Konsens ablehnt, verleugnet, ist ebenfalls ein Kaffir. Hier haben wir auch ein Problem mit diesen Leuten. Weil Konsens nicht gleich Konsens ist. Es gibt einen Konsens, der ist den Leuten allen bekannt, wie zum Beispiel Schweinefleisch oder Alkohol oder das Sinna verboten ist. Das ist klar. Das ist Konsens unter den Gelehrten. Das ist ein Konsens. Und es gibt aber auch manchmal ein Ijma' in Angelegenheiten, die die Muslime nicht kennen. Nennt mir zum Beispiel, wo es ein Ijma' gibt, was die Muslime im Allgemeinen nicht kennen. Ne, wo es einen Konsens gibt. Hier gibt es keinen Konsens. Bad. Mhm. Termine, Amulette. Bei manchen Völkern. Mhm. Was ich damit sagen will, es gibt einige Ijma' die sind bekannt unter allen Leuten. Diesen Ijma' zu verleugnen ist anders als ein Ijma' zu verleugnen, den nicht jeder nicht jeder kennt. Der Ijma' der von allen Leuten gekannt wird, im Großen und Ganzen, der wird genannt Ijma' Al-Qat'i. Ijma' Al-Qat'i. Mit Da. Und der Ijma', den nur einige Leute des Wissens kennen, wird genannt Ijma' Al-Dhani. Mit Da. Ijma' Al-Dhani. Das ist der Unterschied. Das ist was? Der Unterschied. Und manche Leute, schaut mal, subhanallah, die lesen dann ein Werk zum Beispiel von Sheikh Al-Islam. Sheikh Al-Islam sagt, und wer den Ijma' verleugnet, so ist er ein Kafir geworden. Welchen Ijma' meint hier Sheikh Al-Islam? Das Problem ist, die lesen PDF-Dateien, nicht mal Bücher. PDF-Dateien geht schneller. Welchen Ijma' meint hier Sheikh Al-Islam? Der Ijma' der allgemein bekannt ist bei einem Muslim. Richtig. Der, der nicht anzuzweifeln ist. Wo jeder Bescheid weiß. Und deswegen, durch unsere Unterrichte, lernt man auch, die Wörter der Gelehrten zu verstehen. Schaut mal, jetzt einer liest im Werk und dann kommt da, ja, aber Sheikh Al-Islam sagte so und so. Hast du erst mal verstanden, was Sheikh Al-Islam meinte? Wenn nicht, dann setz dich hin bei den Gelehrten und hör erst mal und verstehe erst mal, was er meinte, damit du dann auch sagen kannst, Sheikh Al-Islam hat das wirklich gemeint. Ijma' ist nicht gleich Ijma'. Es gibt Sachen von Ijma' die alle Leute kennen, oder einen Großteil und dann gibt es welche, die eigentlich sehr wenige Leute kennen und nur die Leute des Wissens. Wallah ta'ala, ala wa'ala. Die letzte Frage. Nummer 52. Fürsprache gehört zu den verborgenen Angelegenheiten. Die Grundlage in Bezug auf das Thema Fürsprache ist, dass alles unterlassen werden muss, wofür es keine Beweise gibt. Al-Tawfiq ala wa'ala. Alhamdulillah. Es ist uns also nicht erlaubt, diesbezüglich etwas zu bestätigen, außer mit einem Beweis. Das Thema ist verborgen, und die verborgenen Themen basieren darauf, dass alles unterlassen werden muss, wofür es keine Beweise gibt. Richtig. Hier ist wichtig, dass wir den Begriff Fürsprache auseinandernehmen, Fürsprache al-Shafa'a im Arabischen. Al-Shafa'a bedeutet, nichts weiter als ein gutes Wort für jemanden einzulegen. Das gibt es auch in der Dunja. Zum Beispiel, es gibt Streit zwischen zwei Familien, dann geht einer hin und legt ein gutes Wort ein, damit es nicht zu größeren Problemen kommt. Oder einer legt ein gutes Wort allgemein für jemanden ein. Das ist Shafa'a. In der Dunja gibt es das, und in der Religion ist gemeint, die Fürsprache, die jemandem zuteil sein wird, am Tage der Auferstehung, um entweder vom Höllenfeuer gerettet zu werden, oder dass seine Paradiesplätze im Paradies erhöht werden. Ihr hört Leute heutzutage, die sagen, Shafa'a ya Rasulallah. Das heißt, Fürsprache o Gesandte Allahs. Was ist das Urteil über diese Aussage? Es schirp. Es schirp. Warum? Weil die Propheten darum bitten, dass da später Schafa'a abkommt. Richtig. Aber was ist mit dem Propheten? Er ist tot. Er ist tot. Das heißt, man bittet von einem? Toten. Toten. Und hier ist egal, ob du das vom Propheten, sallallahu al-sallam, erbittest, oder von Person XY, denn wir reden über Tote. Macht keinen Unterschied. Ob du das von ihm machst, oder von ihm machst, oder von Abdul Qadil Jailani, oder wenn dann überhaupt, hätte der Prophet, sallallahu al-sallam, diesen Vorzug bekommen müssen. Dieses ist verboten, dass man hier, was? Die Fürsprache von ihm erbittet. Die Fürsprache hat zwei Bedingungen. Die erste Bedingung ist, dass derjenige, von dem man die Fürsprache erbittet, auch von Allah die Erlaubnis bekommt, die Fürsprache zu machen. Das ist derjenige, dessen Fürsprache man erbittet, das ist auch die Erlaubnis von Allah, عز وجل, von dem man die Erlaubnis bekommt. Der Beweis dafür ist, Ayaatul Kursi. Seine Erlaubnis. Erlaubnis von Allah, عز وجل. Das heißt, auch der Gesandte, sallallahu al-sallam, darf nur dann erst die Fürsprache machen, mit der Erlaubnis von Allah, عز وجل. Was verstehen jetzt viele Leute falsch? Und vor allen Dingen, Leute, die der soufistischen Richtung angehören, bei Shafa'i, ja Rasulallah. Die sagen, ja, Allah wird ja dem Gesandten, wird ihm die Fürsprache erteilen. Ja, reden wir jetzt über den Zustand, wo er tot ist? Oder reden wir über Yawmul Qiyamah, dem Tag der Auferstehung, wo Allah, und ihr kennt den Hadith, Shafa'i al-Bukhari, wo die Menschen zu jedem Propheten hingehen werden, und dann von ihm die Fürsprache erbitten werden. Und keiner wird das machen, außer Rasulullah, sallallahu alayhi wasallam. Ihr habt was verwechselt, ihr habt Dunya mit Yawmul Qiyamah verwechselt, mit Aqla. Und daher sagen wir, das ist falsch und schirk, dass du sagst, Shafa'i al-Rasulallah. Nummer eins, erste Bedingung, was haben wir gesagt? Das ist derjenige, von dem wir Fürsprache erbitten, von Allah, die Erlaubnis hat, die Fürsprache zu machen. Zweite Bedingung, wer kennt die zweite Bedingung? Diejenige Person, der Fürsprache erteilt wird, Allah muss mit ihr zufrieden sein. Tayyip, jetzt zum Beispiel, einer macht zum Beispiel für ein Familienmitglied, Fürsprache, Yawmul Qiyamah, zum Beispiel, er stirbt als Schahid, okay, XY stirbt als Schahid, dann kann er für wie viele Leute, Fürsprache machen? Für wie viele Leute? Hm? 70? Richtig. 72 waren die Paradieser und vorne, nicht verwechseln. Tayyip. Hier, macht er jetzt Fürsprache von einer Person, von seiner Familie, der Allah nicht geliebt hat, und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Wird ihm Fürsprache erteilt werden? Ja oder nein? Hm? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Najm, وَكَمْ مِمْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْءًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيَعْذَنَ اللَّهُ لِمَيَّ شَاءً وَيَرْضَهُ Und wie viele unter den Engeln im Himmel gibt es, dessen Fürsprache nichts bringen wird, also keinen Nutzen haben wird, außer den, den Allah die Fürsprache erlaubt und auch damit zufrieden ist. Wird Allah zufrieden sein, wenn man die Fürsprache für jemanden macht, der abgeirrt ist? Jetzt passt auf, das ist auch ein Scheinargument, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat doch für wen Fürsprache gemacht? Für wen der Kafir war? Abu Talib. Für Abu Talib, richtig. Aber das war eine Ausnahme nur für ihn. Das war eine Ausnahme nur für wen? Für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und Abu Talib bekommt trotzdem das ewige Höllenfeuer. Nur, was wurde ihm zuteil? Dass praktisch er nicht die schlimmste Strafe im Feuer kosten musste, obwohl er die schlimmste Strafe verdient hätte, weil er hat Kufrul istigbar gemacht, das heißt den Kufr des Hochmuts. Aber durch die Fürsprache von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekommt er die geringste Strafe, aber trotzdem eine Strafe, die was ist? Ewig verbleibend und schmerzhaft. Und niemand kann die Fürsprache erlauben oder sagen, das wird so und so passieren, außer mit einem authentischen Beweis. Weil wir reden hier über eine religiöse Angelegenheit. Da braucht man einen Beweis, dass man sagt, die Sache ist so und so. Wir haben zwei Bedingungen genannt. Unter diesen beiden Bedingungen finden wir, dass die Fürsprache nicht einfach jedem erteilt wird, sondern nur dem Allah azzawajal die Erlaubnis dazu gibt. Und zweitens, auch nicht jedem zuteil wird, dass jeder die Fürsprache bekommt, so wie er es sich wünscht. Weil Allah muss mit ihm zufrieden sein. Zufrieden heißt, dass er mindestens was ist? Muslim, natürlich, sehr gut. Dass er mindestens Muslim sein muss. Wallahu ta'ala ala wa'alam, subhanaklamu bihamdik, ashadu an la ilah illa ant, astaghfiruka wa atubu leh. Ich wollte ehrlich gesagt noch die letzte Frage machen, mit Inshallah, aber das Problem ist, die Zeit dreht uns ein bisschen. wie bei uns ein bisschen. Vielen Dank.